Querflöte und Klarinette Wie Sie eben hören und sehen konnten habe ich heute einen besonderen Gast Es ist Monika Spivox Hallo Ich kenne sie seit einigen Jahren Sie spielt in unserer Band Jazz wie Ken Querflöte Ja Monika, ich habe vor einiger Zeit gehört dass du dich für die Klarinette interessierst dass du Klarinette dir selber beibringst Ja Und ich hätte gerne von dir gewusst wie du damit zurechtkommst Also im Prinzip ist der größte Unterschied die Anblastechnik weil ich bei der Querflöte über das Mundstück blase und bei der Klarinette in das Mundstück Das ist auch das was mir am meisten Probleme bereitet Auch beim selber beibringen ist das etwas schwierig wenn man niemanden hat, der einem sagt wie man das Blatt einsetzt oder wie man richtig in die Klarinette bläst Also Noten und Artikulationen sind ja gleich bei beiden Instrumenten Eigentlich auch die Blastechnik Du musst auch Zwerchfehlatmung durchführen Ansonsten ist von der Griffweise kein großer Unterschied weil es ähnlich ist wie bei der Flöte Da habe ich mich ganz gut eingefunden Übrigens ist die Böhm Klarinette nach Berechnungen des Flötisten und Flötenbauers Theodor Böhm entwickelt worden Myazin Closet hat die Berechnungen übernommen und die Böhm Klarinette entwickelt die inzwischen in der ganzen Welt gespielt wird Man sollte allerdings die Grundbegriffe der Klarinette also mit Lehrer einstudieren denn man macht sehr leicht Fehler dabei und es ist besser wenn man also mit einem Lehrer wenigstens die erste Zeit zusammenarbeitet Ja, wenn man gute Tipps bekommt von einem Fachmann dann hilft das schon sehr Helfen dir meine Videos? Kommst du damit zurecht? Ja, die helfen mir sehr beim Alleineüben und beim Rausfinden wie man am besten mit der Klarinette umgeht Das freut mich Jetzt bin ich gemein Jetzt will ich mal sehen ob du schon was kannst Wir wollen mal zusammen ein kleines Liedchen spielen und zwar Hugo Notten-Arie von Mayer Bär aus der Sammlung von Duetten von Bernhard Kößling Ich bin ein kleines Liedchen Ich bin ein kleines Liedchen Die Noten zum Mitspielen finden Sie über einen Link in der Videobeschreibung Fragen stellen Sie bitte in den Kommentaren Und tschüss Tschüss Ich bin ein kleines Liedchen und ciao Untertitelung des ZDF, 2020